Musik Musik So, ich musste gerade eben mal meinen Staubsauger-Roboter ausmachen weil meine Katze meinte, sie müsste ihn mal anmachen und es ist ein bisschen nervig, wenn man im Hintergrund die ganze Zeit so einen Staubsauger-Grummel hört Aber finde ich interessant dass Madame Katze einfach mal so auf den Roboter drauf springt und genau die Antaste erwischt Gut, jetzt müssen wir hier nur noch heil rauskommen Wir haben 39.000 Seelen Und ich glaube, sie macht ihn gerade schon wieder an Mit komplett aufgewerteter Pyro-Hand und einem Chaos-Feuer-Ball ist Pre-Fight ist er sofort ab Ja gut, dafür muss man wie gesagt wissen was man hier tut Die Katze ist sympathisch Ja, das ist sie definitiv die gute kleine Viehwiese So, du kannst dann mal aufhören uns mit Wellen zu mit Morphmessern zu bewerfen Und wir sollten mal wieder unsere Ringe wechseln Wir haben ja jetzt immer noch den Ring drin der unseren Obwohl der eigentlich gar nicht so schlecht war, oder? Aber wir bleiben mal bei 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 Wo war er? Äh, absolviert TP Dass wir wieder ein paar Leben dazukriegen wenn wir hier Gegner umhauen Der war eigentlich gar nicht so schlecht So Und dann machen wir uns wieder nach oben zum Leuchtfeuer Nehmen die beiden Level die wir jetzt bekommen haben mal mit Also durch die Seelen durch die ganzen die wir bekommen haben 30.000 Seelen ist echt ordentlich Und dann müssen wir uns mal umgucken wo wir jetzt eigentlich noch nicht waren Ich hab nämlich irgendwie überhaupt keine Orientierung mehr hier Ich glaube aber hier lang ging's zurück 40.000 Seelen So Einmal den Fahrstuhl und dann haben wir ein bisschen Zeit zu lesen was der Mosechristus hier schreibt Äh Jetzt wär's wirklich mal wegen einer anständigen Waffe Ja Definitiv Zwei Waffen sind ja schon recht verpönt in D1 Das gerade Drachenschwert und der Blitzspeer Das sind genau die beiden Waffen die ich verwende Verpönt im Sinne von Äh Sind zu einfach oder Lohnen sich nicht oder wie Auf jeden Fall wär's ja jetzt auch ganz cool Wenn wir mal zu unserem Schmied kommen würden Um da mal ein bisschen was aufzuwerten Frage ist halt nur Wie kommen wir da am besten hin Laufen wir da Ja wir müssen ja über Sensfestung zurück Ja So erstmal machen wir unsere Levelaufstiege Ich würde sagen wir können nicht zwei Level machen Okay Dann nehmen wir erstmal einmal Stärke mit Ähm Dann Jetzt hat die den schon wieder eingemacht Da läuft jetzt hier der Staubsaugerroboter wieder rum Okay Äh Ich renne jetzt mal nicht los und mache den aus Ich warte mal bis er herkommt Obwohl mich das hier rausgegang schön nervt im Hintergrund Ne wir machen den gleich wieder aus Gut äh Ich bin mal kurz weg So da bin ich wieder Und äh Ja Ist ja sehr gut dass äh Phoebe sich mit dem Staubsauger angefreundet hat So war es ja auch geplant Dafür hatte ich den ja geholt Aber Das soll sie bitte nicht machen wenn ich hier sitze und versuche aufzunehmen Ansonsten kann sie gerne den ganzen Tag mit ihrem Kumpel spielen So wir äh gönnen uns mal eine Seele Kling Dann können wir hier nämlich nochmal aufsteigen Und jetzt würde ich sagen gönnen wir uns mal eine Kondition Mehr Ausdauer Ah Mehr Abwehr Ne Ich würde sagen wir machen mal die Stärke voll Was heißt voll auf 30 Ähm Und dann wie gesagt überlegen wir uns mal wie wir Richtung äh Dings zurückkommen Richtung Schmied Von der Theorie her können wir ja hier einfach rechts abbiegen Richtung äh Sensfestung zurück und in Sensfestung haben wir ja ähm eine Abkürzung verpasst Irgendwie kommt man da schneller wieder runter als wir den Weg bisher genommen haben Die Rüstungen greifen mich ja nicht an ja wenn ich die in Ruhe lasse irgendwie war das doch so Ja Phoebe Weiß ich hab dir deinen Kumpel weggenommen Jetzt kommt sie wieder an und meckert Diese Katze Und äh Ja Ähm Zum Blitzspeer und zum Drachenschwert nochmal Das sind gute Waffen für den Anfang natürlich Und bis jetzt haben wir ja einfach noch nichts stärkeres Wir müssen uns wirklich was neues bauen Da kommen wir nicht drum herum und ich würde sagen das machen wir jetzt Das ist Achso, das war der Ring zum wieder wegfliegen. Den lassen wir mal in Ruhe. Dann ging es hier, glaube ich, nach rechts. Da war der olle Bogen-Schütze, Armbrustschütze, was auch immer. Warum konnte ich den gerade nicht anvisieren? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Riese ist da wieder am Steine werfen. Das ist auch okay, kann er gerne tun. Der andere ist ja noch weg, hoffe ich mal. Der Ritter da unten ist auch noch da. Wunderbar, hat sich nichts verändert, seitdem wir nicht da waren. Ist ja noch gar nicht so lange her. So und hier, war das hier schon? Ne. Doch, hier war das. Hier kann man in den Käfig steigen. Und dann nach unten fahren. Muss man erst mal wissen. So, wo kommt man hier raus? Guten Tag. Lass dich nicht stören. Sind wir jetzt hier gerade am Anfang oder am Ende der Festung, also des Gangs? Leute, 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 Leute. Nein. Oh, super. Ich glaube, wir sterben. Hm. Die Abkürzung funktioniert super. Echt. Echt. Nicht schlecht. Find ich gut. Äh, hä, hä. Die Echse runterprügeln. Och, Leute. Was ist denn das für eine Abkürzung? Da gehst du doch voll krachen. Mann, ey. Jetzt habe ich auszusehen gerade gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Ach, Mensch. Na ja, können wir uns noch ein bisschen mit unserer Keule einfreunden. So, und jetzt müssen wir hier noch sterben. Denn, äh, fresse ich einen Besen. Gut, Nummer eins. Und, komm her. Kann man die parieren? Müsste eigentlich, oder? Nummer zwei. So, jetzt nochmal. Was habt ihr denn da so alles geschrieben? Äh, recht nahe liegen, dass wir die Friedhofstour nicht am Friedhof beenden, sondern uns nochmal ein Stück weit in die Katakomben wagen. Oh, die Katakomben. Oh. Nee, aber können wir gerne machen. Bin ich offen für. Oh, Skelette ohne Sehen. Das ist natürlich auch ein Highlighter. Ah, falsche Ecke. Falsche Ecke. Und ich glaube, jetzt habe ich eine richtige Scheißentscheidung getroffen. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Nein, das war überhaupt nicht gut. Das war eine sehr gute Entscheidung von mir. Bereue ich jetzt schon. Ja, ich wollte mich eigentlich bis zum Bonfire durchraschen, aber wie man gerade gesehen hat, ich bin falsch abgebogen. Ach, ich stelle mich schon wieder glatt an, Leute. Es tut mir echt leid. Okay. Aber brauchte man dafür nicht irgendeinen Ring? War mir nicht so? Nicht springen. So, in irgendeinen offenen Sarg sollte man sich hier legen. Ich weiß halt nur nicht, in welchen. Nicht springen, sagt er. Naja. No risk, no fun. Mir war so, als wenn man dafür erst einen Ring braucht, oder? Der ist relativ nah am Demon. Dieser hier? Oder dieser? Ah, dieser. Da legen wir uns mal rein. Schlafen mal eine Runde. So, wie war das? 30 Sekunden nicht bewegen oder so? Muss man wissen. Das ist ja, ich weiß. Die Finger brauche ich natürlich nicht mehr. Berra Ah! Ach, wie ist das schön. Wir sind im Grabmai der Riesen. Äh, können wir durch den Sarg dann auch wieder zurückkommen? So, und das ist übrigens, äh, Schweineduster hier. Und ich weiß nicht, ob das so klug war, was wir hier gemacht haben. Und wenn ich das da drüben sehe, ja, habe ich ein bisschen Panik, da noch näher ranzugehen. Wie wenig. Ist das hier tatsächlich schon das, was ich denke, was es ist? Ah, Eid beitreten, okay. Aber ich wollte doch nicht mein Eid aufgeben. Ich bin doch bei, bei Quilax Schwester und der Eid. Tritt ruhig näher. Der Sargophag des Grabesfürsten. Okay, wir leisten einen Eid. Schwert des Grabesfürsten und das Wunder Grabesfürsten Schwertertanz. Du hast einen Eid geleistet. Auge des Todes darbieten. Wollen wir das machen? Bringt das was? Was war denn das Auge des Todes nochmal? War das was, was Sinn gemacht hat oder was wir eh nicht brauchen? Auge des Todes. Lockt Phantome aus anderen Welten an. Brauchen wir die? Eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Eid. Versteht das irgendwo? Diener des Grabesfürsten sind wir jetzt. Finde ich auch cool, weil wir den Grabesfürsten ja hier selber in dem Spiel noch umhauen. Auge des Todes bringt ja erst ab 10 Stück was. Okay, das dachte ich mir schon fast, dann brauchen wir die jetzt nicht opfern. So, und wir gucken uns mal das Schwert an. Wo bist du? Schwert des Grabesfürsten. 265, das ist cool. Attributbonus aber nur E. 300 Blutenschaden. Und es ist ein Krummsäbel. Sehr geil. Ja, aber ein doch recht langsamer Krummsäbel. Dämonen-Titanit haben wir. Wie viel, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, Dämonen-Titanit haben wir ganze 6 Stück. Aber doch, äh, die Waffe finde ich, das ist kein Bluten, das ist Toxic. Stimmt. Ja, natürlich. Ja, Bluten ist daneben. Verzeiht meine Unwissenheit, meine Dummheit. Natürlich. Ja, es ist Gift. Es tut mir leid. Aber vielen Dank nochmal für den Tipp, Mose Christus. Das sieht nach einer richtig guten Waffe aus. Ach, das ist richtig toxisch. Ja, also nicht normales Gift, sondern toxisch. Doch, ich finde es gut. Das finde ich gut, das Ding. Okay, dann können wir jetzt wieder umdrehen. Mal gucken, ob wir jetzt hier schneller wegkommen. Vor allem, wer hat uns hier hingebracht? Ach. 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 Tja, wenn wir schon mal hier stehen, wollen wir uns den Spaß mal gönnen und das neue Schwertchen mal testen. Das machen wir, oder? Den machen wir jetzt alle. Also 95 Schaden finde ich schon mal richtig gut. Das fand ich nicht so gut. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Und dann gucken wir mal, wie weit wir dieses Schwertchen noch pimpen können. Hallo. Ja. Ja, deswegen sind wir hier. Einmal verstärken bitte. Und zwar haben wir gerade gefunden. Es wäre ja zu einfach mal unsere Waffe, die wir ausgerüstet haben, nach ganz oben zu packen. Das Schwert des Gravesfürsten. Da brauchen wir aber 5.000 Seelen für. Gut. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Okay. Das sollte doch für 4 mal aufwerten reichen, oder? Gut. Du brauchst... So. Verstärken. Und natürlich wieder von ganz oben. Das war zu weit, glaube ich. Äh... Ne. Kann man hier nicht mal seitenweise schalten? Ah. Spiel. Spiel. So. Schwert des Gravesfürsten. Einmal bitte. Plus 1. Äh... Wie sieht denn das danach eigentlich aus? Äh... 291. Oh. Awesome. Awesome. Einfach nur awesome. Komm. Jibet mir. So. 318. Komm gleich. Nochmal. Und 344. Natürlich. Nehmen wir. Rund 371. So. Mehr geht aber nicht. Jetzt brauchen wir 4 Dämonen-Titanit. 371 Schaden. Krass. Geht euch selbst getötet. Keine von uns wollen, dass du dich holen kannst. So. Und hübsch aussehen tut es ja auch noch, ja. Darf man ja auch nicht vergessen. So, liebe Leute. Ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, bin ich eigentlich schon wieder... Jetzt habe ich aus Versehen schon wieder gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Ähm... Nach meinem Zeitplan bin ich eigentlich schon wieder eine Dreiviertelstunde drüber. Ich würde sagen, wir machen hier für heute einen Cut. Moment. Äh... Moment. Äh... Ob das Scaling spielt mehr eine Rolle, wenn man vorhat, Next Game Plus zu spielen. Aber wer macht das schon? Ähm... Ich definitiv nicht. Weil ich habe noch Dark Souls 2 und 3 vor mir. Und wir wollen ja langsam mal fertig werden, ne? Ähm... Was würde ich sagen? Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr so ordentlich mitgearbeitet habt. Vielen Dank nochmal für die Tipps. Und vor allen Dingen jetzt an, äh, Mosechristus für das Gravelords, äh, Sword. Für das Grabesfürstenschwert. Wir bleiben mal beim Deutschen. Ähm... Ja. Wie gesagt. Schönen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich, äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Viel Spaß euch noch. Und, äh, nächsten Sonntag geht's weiter. Wenn wir uns dann... Weiß ich nicht. Direkt nach Arnor-London begeben. Oder doch erst mal, äh... Lighttown nochmal erkunden. Wir werden es sehen. Wir werden uns spontan entscheiden. Also... Bis dahin. Und... Einen schönen Abend. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020